Hallo meine Damen und Herren, willkommen zu einem weiteren Video. Haben die Volvos möglicherweise irgendwas an den Regionen in Counter-Strike geändert? Man kennt es ja im Normalfall, geht man als Solo-Q-Spieler in den Spiel rein, wartet bis alle connected sind, also das eigene Team vor allem, und dann sagt man sowas wie Hello Team. Und dann kam in der Vergangenheit, zumindest bei mir mit viel Pech, sowas zurück. Hat sich das möglicherweise verändert? Guck mal rein. Hey, du hast mich immer einen Denier, ne? Der hat mich immer einen Denier, ne? Ich hab aber nur noch eins. Letzte Woche Freitag hab ich vor meinem Livestream, also ich war immer noch offline, mit einigen meiner Zuschauern eine Runde Matchmaking gespielt. Ich hab noch Gameplay gebraucht für Videos, also zum Beispiel auch für dieses hier, und ja, dann zocke ich halt einfach immer so ein, zwei Spiele neben dir auf, und dann hab ich genug, zack, bumm, das reicht halt für einige Videos. Und kurz davor haben im Teamspeak bereits einige meiner Leute gesagt, hey, irgendwie scheint was an den Servern umgestellt worden zu sein, die Regionen wurden angepasst, wie auch immer, weil wir haben nur noch deutsche Gegner. Sie hatten schon drei oder vier Spiele gemacht und hatten irgendwie halt nur deutsche. Beziehungsweise die Deutschen sind zumindest aufgefallen im Chat, weil sie halt dann irgendwie geschrieben haben hin und her. Ich hatte davor diesbezüglich noch nichts feststellen können, wobei ich bei mir auch immer die Option Mute All But Friends anhab, weil es eigentlich, ja, unrelevant ist, was die Gegner schreiben, und es, wenn dann überhaupt, nur nervt, wenn die Gegner irgendwas schreiben. Darum sehe ich sowieso nicht, was das für eine Nationalität ist, beziehungsweise was die halt einfach schlussendlich da in den Chat hauen. Ich hab darüber dann, wie gesagt, nicht großartig nachgedacht. Wir gehen ins Spiel rein und nach ein paar Runden stellt sich raus, dass mich die Gegner kennen. Also meine Mitspieler haben mir gesagt, hey, die Gegner schreiben gerade im Chat, sie fragen, ob du der echte bist, der echte Bubbler, der YouTuber. Und ich hab dann kurz darauf meinen Chat eingeschaltet und mich kurz entschuldigt, dass ich nicht sofort reagiert hab, weil, wie gesagt, ich hab den halt immer aus. Und ich wollte aber nicht, dass ich wie so ein abgehobener Pisser wirkte, der gar nicht reagiert. Ja, und dann haben wir halt ganz kurz geschrieben. Und es waren, wie gesagt, Leute, die meine Videos kennen. Bekannte Leute waren das auch nicht. Also Leute, wo man jetzt sagen würde, ah ja, die sind immer im Livestream oder sowas. Also es waren reine Zuschauer von YouTube, die mich halt zufällig getroffen haben. Und da hab ich dann bei uns schon kurz so im Teamspeak erwähnt, vielleicht wird wirklich irgendwas gemacht. Es ist, also, es ist schon irgendwie ein Zufall. Meine Mates sagen mir, wir treffen heute nur auf Deutsche und wir machen das nächste Spiel und auf einmal treffen wir schon wieder auf Deutsche und dann kennen die mich auch noch. Aber naja, wir haben dann das eine Game gemacht, ich hab's aufgenommen, es läuft hier gerade im Hintergrund. Dann geh ich in den Livestream, einer von den Jungs kam auch rum und er hat sich für das Spiel bedankt. Und wurde dann kurz von einem Mod von mir gebannt, weil der Mod dachte, das wäre ein Troll, aber alles gut. Ich hab dann gesagt, bitte wieder entbannen. Alles chillig. Und auf jeden Fall haben wir dann kurz so geschnackt. Und ja, dann zocken wir rein, im Stream wohlgemerkt, aber auch da, also ich stream seit acht Jahren. Ich glaube, es kam, wenn überhaupt, einmal oder vielleicht zweimal im Stream vor in diesen acht Jahren, dass ich auf Leute getroffen bin oder wir auf Leute getroffen sind, die mich oder uns kannten als Community. Es war eigentlich, ja, es war immer irgendwelche Leute. Gegen die Welt gespielt haben. So, wir sind im Stream, daddeln rein und treffen in dem Premiere schon wieder auf Leute, die deutsch sind. Ich glaube, fast den ganzen Abend haben wir nur gegen Deutsche gespielt. Und schon wieder sind wir auf Leute getroffen, die nach meinen Videos gefragt haben, die mich schon wieder kannten. Und das waren aber nicht die vom ersten Spiel und niemand bei uns aus dem Stream. Und ich saß dann da und hab gesagt, das gibt's doch gar nicht. Ich bin insgesamt auch jetzt offline, wenn ich jetzt die Streams und Offstream zusammenzähle, haben mich vielleicht über die letzten acht Jahre, gab es drei, wenn es hochkommt, vier Spiele, bei denen mich Leute erkannt haben. Also die dann nach mir gefragt haben, oh, bist du der Bubbler von YouTube oder von Twitch? Und letzte Woche auf Freitag war es schon zweimal, einmal offline und einmal live. Nun ja, das Spiel ging rum, wir daddeln gemütlich weiter. Auch in anderen Spielen sind wir immer wieder auf Deutsche getroffen. Und ich weiß nicht mehr genau, ob es zum Ende hin war, aber es ist ein zweites Mal live und ein drittes Mal am selben Tag passiert, dass wir schon wieder auf Leute treffen, die so voll perplex sind, hä, du bist doch der von YouTube. Klar, live könnte man jetzt sagen, da hat jemand gegengesucht, aber wie gesagt, das könnte man immer machen. Und das war auch kein Thema vom Stream oder so, dass man sagt, oh, der versucht gerade zu gucken, wie oft der auf Zuschauer trifft, wir machen uns da mal rein, um den zu verarschen oder sowas. Also wie gesagt, es war davon nie. Und das war kein Thema, das für den Stream irgendwie stand. Es ist einfach beiläufig passiert. Wenn man jetzt aber diese Treffen herausnimmt und sagt, gut, vielleicht hat da doch jemand mit Absicht gegengecueht, das finde ich recht schwierig im Premiere, weil ich spiele halt auf allen möglichen Elen. Das heißt, wir sind auf keiner festen Elo und wir haben im Premiere natürlich alle Maps drin. Und es ist, glaube ich, recht schwierig, uns gezielt zu finden. Aber gut, nehmen wir die drei Punkte raus. Wir sind trotzdem den gesamten Abend auf Deutsche getroffen. Und das ist eigentlich bis dahin sehr selten gewesen. Meistens waren es halt irgendwelche salty, was weiß ich, Weltleute von der gesamten Welt, aber keine Deutschen. Natürlich habe ich dann auch in den Chat gefragt, ob ihnen da was aufgefallen ist, dass sie öfter auf Deutsche treffen als sonst. Da haben dann, die meisten haben da gar nichts zu gesagt. Ein paar haben gesagt, ja, ja, irgendwie sind es wirklich mehr geworden. Einer meinte, er bekommt alle Russen, die man nur haben kann. Also er kriegt wahrscheinlich alle Russen und wir dann die Deutschen. Aber ja, also das ist, ich habe darauf halt nie so geachtet. Aber jetzt natürlich dann am Freitag dann immer weiter mal reingeguckt und festgestellt, what the fuck, wir haben da einfach deutsche Gegner. Ich habe diese Einstellung dann auch mal eine ganze Weile auf No gelassen, um halt sehen zu können, was da jetzt abgeht. Also haben wir Deutsche und oder haben wir Leute, die mich erkennen. Und ich denke, ich lasse den Chat der Gegner auch vorerst mal wieder an. Also lasse ihn mir anzeigen, um zu gucken, wie sich die ganze Sache so verhält. Ob die Regionen jetzt irgendwie voneinander getrennt oder getrennter bespielt werden können, das ist natürlich die perfekte Frage jetzt auch für euch. Also wie sieht das bei euch aus? Seid ihr in letzter Zeit öfter, vor allem wenn ihr Solo queued, mit Deutschen zusammenbekommen? Oder ist es bei euch noch immer genauso wie davor auch ein Riesenmix aus allen Leuten der Welt? Haut es gerne in die Kommentare, dann seid ihr automatisch mit dem Giveaway mit dabei, das ich gleich noch zeige. Ich möchte noch ganz kurz hinzusagen, mir ist es natürlich wurscht, mit wem ich spiele. Wichtig ist mir, dass die Leute Englisch sprechen. Das ist das Allerallerwichtigste. Also wenn ich Solo queue. Ich habe lange nicht mehr Solo queued, früher aber sehr, sehr viel. Und egal, wo die Leute herkommen, wenn sie Englisch sprechen können oder Englisch callen können zumindest, das ist ja doch nicht mal wirklich sprechen, das ist ja nur 2 on A und so weiter und so fort. Wenn das funktioniert, ist für mich alles cool. Aber wenn dann jemand in seiner Muttersprache kommt, selbst wenn es Deutsch ist, habe ich früher im Solo queue immer einen Kotzreiz bekommen. Weil du genau weißt, es sind halt noch andere Mitspieler dabei und nur weil der eine jetzt Deutsch ist und du auch und der findet es irgendwie raus und labert dich deswegen die ganze Zeit auf Deutsch an und der Rest versteht nichts, dann schmeißt man das Game. Es ist ein Teamspiel, jeder muss verstehen, was abgeht. Also kurzum, mir ist vollkommen egal, mit wem ich spiele, beziehungsweise ich spiele mit jedem gerne, solange man halt Englisch spricht. Also als gemeinsame Sprache. Solange das gesamte Team eine Sprache spricht, im besten Fall Englisch, weil es halt am einfachsten ist. Natürlich sprechen mit meinem Team in den Streams immer Deutsch, weil wir halt alle Deutsch können. Ja, heute hauen wir wieder was Besonderes raus und zwar gibt es einen Holo-Sticker. Vielen Dank an Meteor, der hat mir den am Freitag rüber geschickt. Und die Frage, um hier dran teilzunehmen, ist wie gesagt, wie sieht es bei euch aus? Trefft ihr immer noch auf jeden Menschen der Welt oder ist euch zufällig aufgefallen, dass ihr möglicherweise die letzten drei, vier, fünf Tage eher mal auf Deutsch trefft? Vielleicht sogar deutlich stärker auf Deutsch trefft als noch davor? Haut rein und dann seid ihr automatisch mit dabei. Bevor ich euch jetzt einen schönen Sonntag wünsche, noch ganz kurz ein riesen Dankeschön an alle, die Geld für den Kindergarten gespendet haben. Ich habe letzte, vorletzte Woche für den Kindergarten meiner Frau Geld gesammelt. Sie wollten dort ein Event machen mit den Kindern. Das Geld war nicht zur Verfügung gestanden, sie hatten nicht genug. Und dann haben wir gesagt, komm, wir legen zusammen und ballern da ordentlich was rein. Ihr habt 300 Euro gespendet. Vielen, vielen, vielen Dank dafür. Absolut geil. Der Kindergarten hat sich riesig gefreut und ja, Dankeschön. Ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag. Wir sehen uns dann spätestens am Dienstag wieder live im nächsten Stream, 18 Uhr. oder halt davor in dem Video Montag oder Dienstag, aber wahrscheinlich eher Dienstag. Macht's gut, habt noch ein schönes Restwochenende, haut da rein. Danke fürs Zuschauen, für die Kommentare und für die Likes. Bye, bye. Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsch ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam ein Kartoffelflip esse. Denn dann geh mit deiner dicken Fettner Mutter auf die Instagram-Messe.